680 gut raus hier schieb mal den fettnach von der flugsecker aus ich weiß nicht passt hier noch ein zweiter rein na ich glaube ich glaube kaum dass das was wird da verkeilt man sich gegenseitig ah fuck das nächste mal darf ich auf keinen fall wieder so weit Achtung Auto wie Achtung Auto Abzug ähm warum was ist mit meinem internet kaputt sag jetzt nicht du bist gerade disconnected ich hab grad einfach so ein time-out äh steht mein jet mittlerweile wieder keine ahnung was der macht weil ich roll grad einfach nur blöd weiter hä was ist hier los ne dein jet steht nicht fährt da komisch auf dem feld rum aber bei dir ist noch geht noch alles bei dir ist keine kette oder wie äh äh Vielen Dank.